Mein Handy meldet sich um 2 Uhr 14. Ich wälze mich aus dem Bett, stehe auf, merke, dass das Handy immer noch klingelt, drehe mich suchend um und versuche mich zu erinnern, wo ich es verdammt nochmal hingelegt habe. Warum muss es um diese Zeit überhaupt klingeln? Ich finde es, hebe es ungeschickt auf und halte es verkehrt herum an den Kopf. Mitten in der Nacht fällt es mir schwer, richtig wach zu werden. Solo? Ich reiße die Augen auf. Es ist Terror höchstpersönlich. Morgens um 2 Uhr 14. Mir fällt siedentheiß ein, dass ich nichts anhabe. Gar nichts. Unwillkürlich sehe ich zu der Stelle hinauf, an der die Überwachungskamera hängt. Ich mache mir gewöhnlich nichts daraus, nackt durchs Zimmer zu laufen. 99% des Filmmaterials werden sowieso von niemandem angesehen, sondern lediglich auf den Servern gespeichert. Und wenn sich doch irgendwer die Aufnahmen anschaut, ist es meist ein gelangweilter Sicherheitsmann. Jedenfalls bin ich nicht Brüde. Es sei denn, Ihre Majestät, die böse Königin, ruft mich persönlich an. Ja, sage ich. Mehr fällt mir nicht ein. Ich brauche dich. Wir treffen uns am südlichen Aufzug, Ebene 2. Wann? Jetzt. Jetzt? Ja, jetzt. Oder habe ich mich unklar ausgedrückt? Ich zögere und versuche, meine Gehirnwindung in Gang zu bringen. Ich habe schon zwei andere Angestellte angerufen. Beide konnten oder wollten nicht abnehmen. Beide sind jetzt gefeuert. Ich bin schon unterwegs. Einklicken. Was ist denn los? Frage ich in den leeren Raum hinein. Ich fühle mich hellwach, ziehe meine Jeans trotzdem verkehrt herum an. Und wo habe ich das T-Shirt hingelegt? Riecht es schon? Sind im Schrank noch saubere? Ja, da ist eins. Wo ist an dem T-Shirt vorne? Okay, gut. Schuhe. Ohne Socken, Unterwäsche und Gürtel renne ich auf den Korridor. Meine Haare sind total verwuschelt, aber ich bin unterwegs. Ich fahre mit dem Lift runter in den zweiten Stock, in dem der Haupteinfang liegt. Hier halten die Aufzüge aus der Parkgarage das erste Mal. Es handelt sich um eine riesige, geradezu einschüchternd hohe Halle. In der Luft über mir schwebt eine gewaltige Doppelhelix in leuchtend bunten Farben, die schwach pulsieren. Es ist dunkel und nur an den Aufzugtüren und über dem geschwungenen Tisch der Rezeption brennt Licht. Hinter dem Tisch sitzt ein Sicherheitsmann, der überrascht ist, mich zu sehen. Er will mich gerade fragen, was ich hier zu suchen habe. Da hören wir das Klacken von Terras Stöckelschuhen. Der Mann rückt hastig seine Krawatte gerade, wirft mir einen raschen Blick zu und erhebt sich von seinem Stuhl. Dann steht auch schon Terra vor uns. Ich wundere mich, wie sie es schafft, um diese Zeit so perfekt gestylt zu sein. Klar, Eve sagte, sie sei den ganzen Tag über in einer Wellness-Einrichtung gewesen. Aber jetzt ist es zwei Uhr morgens und die Frau sieht aus, als wäre sie gerade dem Titelblatt des Magazins Hot & Scary Moms entstehen. Sie starrt mich an, als hätte sie mich bei etwas Verbotenem erwischt. Ich fühle mich ertappt und werde rot, weil dafür so vieles in Frage kommt. Diese verflixte Göre, sagt sie, sie ist hier. Sie nennt ihre Tochter allen Ernstes Göre? Das klingt sehr hart, selbst für Terra Spiker. Ich war mitten in der Arbeit, fährt sie fort. Um zwei Uhr morgens, denke ich, halte aber die Klappe. Jetzt bin ich das nicht mehr, wie du siehst. Der Aufzug klingelt und die Tür geht auf. Ein Sicherheitsmann erscheint, erkennbar an dem schwarzen Anzug und dem Mikrofon am Ohr und der Wölbung unter dem Jackett. Er hält Aileen am Arm gepackt. Ich will sie schon mit einem Grinsen begrüßen. Da sehe ich es erst. Eine klaffende Wunde verläuft quer über ihren Nasenrücken. Ein Auge ist rot und geschwollen und wird bald schwarz anlaufen. Am Hals hat sie einen Striemen von ihrer Trägerbluse. Die Bluse ist offenbar gerissen und dann hastig wieder zusammengeflickt worden. Aileen blutet an einer Stelle am Kopf, wo ihr jemand die Haare ausgerissen hat. Der Wachmann und Aileen treten aus dem Aufzug. Der Mann hält Yves Freundin mit seiner großen Faust fest, als wäre sie eine Bedrohung. Aileen, was für eine Überraschung, dich zu sehen, sagt Terra mit einer Stimme, die Luft zum Gefrieren bringen könnte. Aileen ist ausnahmsweise einmal um Worte verlegen. Sie hat geweint. Als sie Terra sieht, zuckt sie zusammen. Ihr Blick wandert weiter zu mir. Eine Sekunde lang wirkt sie zutiefst verletzlich. Ich bin überrascht, dich zu sehen, aber nicht darüber, dass du mal wieder in Schwierigkeiten steckst, sagt Terra. Und du wunderst dich, warum ich meiner Tochter den Umgang mit dir verbiete. Sieh dich nur mal an. Lassen Sie sie in Ruhe. Die Worte sind heraus, ehe ich darüber nachdenken kann. Die beiden Männer sehen aus, als bekämen sie gleichzeitig einen Herzanfall. Niemand wagt zu atmen. Terra funkelt mich ungläubig an. In Ailins Blick sehe ich Belustigung, wenn auch nur ganz schwach. Und Dankbarkeit. Doch Terra lässt es dabei bewenden, holt nur einmal scharf Luft. Aileen bleibt die Nacht über bei uns, verkündet sie. Solo, du besorgst ihr ein Zimmer. Lass Evening schlafen. Sie muss sich schonen und kann das hier wirklich nicht brauchen. Die Worte das hier triefen vor Gift. 24 Stunden, sagt Terra zu Aileen und sticht mit ihrem manikürten Finger in die Luft. Und nur, weil meine Tochter mir nie verzeihen würde, wenn ich dich jetzt rauswerfen würde. Sie entfernt sich klackernd, bleibt jedoch nach zehn Schritten stehen und dreht sich halb um. Pieps dr. Andersen an, Solo. Das Mädchen ist übel zugerichtet. Damit verschwindet sie. Der bewaffnete Sicherheitsmann wendet sich zum Gehen. Hey, Solo, sagt Aileen kleinlaut. Wir verständigen Eve. Nein, auf keinen Fall. Du hast doch ihre Mom gehört. Schon, aber Terra, sie soll sich zum Teufel scheren. Dir ist etwas Schlimmes zugestoßen und du willst Eve sprechen, nicht mich. Aileen lehnt sich leicht gegen mich. Sie riecht nach Alkohol und Zigaretten. Du bist wirklich nett. EV findet das hoffentlich auch noch heraus. Ich ignoriere sie, doch in mir tobt es. Mir ist, als hätte mich ein Pfeil in die Brust getroffen. Ich bin erschrocken und atemlos zugleich. Und plötzlich ist da ein Gefühl, das ich bisher nicht kannte. Ich gehe mit Aileen den Flur entlang. Sie schützt sich auf mich und schwankt. Allerdings wohl nicht vom Alkohol. Ich glaube, sie hält sich nur mit den Fingernägeln an mir fest. Hast du die Polizei gerufen? Lange Geschichte, sagt sie. Das solltest du aber. Wir kommen am Schwesternzimmer vorbei. Wir besuchen Eve, erkläre ich der Nachtschwester. Evening. Sie springt auf. Das Mädchen braucht einen Arzt. Piepsen Sie Dr. Anderson an, sage ich. Mir fehlt nichts. Aileen macht eine wegwerfende Handbewegung. Eves Zimmertür steht offen, aber ich klopfe trotzdem. Ich muss ein paar Mal klopfen, bis sie aufwacht. Ja? ruft sie. Ich bin Solo. Ich habe Aileen dabei. Was? Hi, EV. ruft Aileen. Was? Komm rein, na los. Eve sieht genauso aus, wie ich wahrscheinlich vor 20 Minuten ausgesehen habe. Und was da in ihrem linken Mundwinkel glänzt, könnte Spucke sein. Warum macht mich das irgendwie an? Im Ernst, sabbern im Schlaf? Eve setzt sich auf. Sie trägt ein zu kleines T-Shirt und die Haare stehen ihr zu allen Seiten ab. Sie starrt Aileen entsetzt ins Gesicht. Mich nimmt sie kaum wahr. Aileen wangt zum Bett und verschmilzt geradezu in Eves Armen. Die Umarmung dauert lange. Ich bleibe in der Tür stehen und blicke auf meine Füße. Gerade denke ich, dass es an der Zeit wäre, leise den Abgang zu machen. Da sieht Eve mich über Ailins Schulter hinweg an und runzelt die Stirn. Mit einer schnellen Kopfbewegung fordert sie mich auf, einzutreten. Das tue ich auch. Und zwar mit einem Gefühl, als würde ich das Allerheiligste betreten. Oh mein Gott, ich war noch nie in einem Mädchenzimmer. Es riecht hier ganz anders. Es riecht gut. Aber diese Einsicht ist zugleich entmutigend. Alles ist neu für mich. Ach Aileen, sagt Eve leise. Aileen. Die Schwester streckt ihren Kopf ins Zimmer. Dr. Andersen ist unterwegs, aber du solltest auf keinen Fall nachts Besuch haben. Bitte, sagt Eve und streicht Aileen über die Haare. Lassen Sie uns doch. Die Schwester ringt die Hände. Zwei Minuten, sagt Eve ungeduldig und die Schwester geht. Eve hat etwas von ihrer Mutter, stelle ich schockiert fest. Ich habe es bisher nicht bemerkt. Aber wenn sie etwas will, hat sie denselben Kommandoton drauf wie sie. Also, fragt sie Aileen. Aileen weicht ihrem Blick aus. Eve sieht mich an. Ich fange an zu reden, noch bevor ich es merke. Deine Mutter hat mich geweckt. Ich sollte sie am Aufzug treffen. Dann kam Aileen. Ich wurde beauftragt, ihr ein Zimmer zum Schlafen zu besorgen. Meine Mutter hat ihr also aufgetragen, sie zu mir zu bringen. Nein, das hat sie mir sogar ausdrücklich verboten. Yves abweisende Miene wird ein wenig freundlicher. Ich mache nicht immer genau das, was man mir sagt, erkläre ich. Danke, sagt sie. Ich fahre mir mit den Fingern durch die Haare. Sie sind verstruppelt, sogar für mich, der in dieser Beziehung keine hohen Ansprüche hat. Ich muss gehen. Bleib, sagt Eve entschieden, wieder im Ton ihrer Mutter. Sie zuckt zusammen, senkt den Blick, lächelt ein wenig. Ich meine, bitte bleib, wenn es dir nichts ausmacht. Ich nehme mir einen Stuhl. Klar, kein Problem. Ich habe gehofft, dass sie das sagt. Aileen, erzähl mir, was passiert ist, sagt Eve leise. Sie sind zu Maddox in die Wohnung gekommen. Aileen holt schaudernd Luft. Ich war auch da. Sie hämmerten mit den Fäusten an die Tür, wie verrückt. Drohten ihm. Dann schlugen sie ein Fenster ein und jemand muss die Polizei gerufen haben. Zum Glück, denn sie drang in die Wohnung ein. Die Typen aus der Gang, nicht die Bullen. Ich wollte... Und da hat einer von ihnen mich... Aileen ballt die Faust. Sie hat mit fester Stimme angefangen zu erzählen, aber jetzt wird ihre Stimme immer schwächer. Aileen atmet schwer, als erlebte sie alles noch einmal. Der eine Typ hat mich geschlagen und ich bin hingefallen. Er hat mich getreten. Maddox wurde von den anderen Typen gepackt. Sie wollten ihn fesseln. Er hat um Hilfe geschrien. Ich wollte ihm ja helfen. Griff nach meinem Handy. Dann bekam ich wieder eins drauf. Ich sah die Pistole, die auf Maddox gerichtet war. Dann die Sirene und ich renne. Laufe durch die Tür und die Treppe runter. Die Bullen sollten hochkommen und uns helfen. Ich war total durcheinander. Eves besorgter Blick trifft meinen. An der Zimmertür klopft es. Es ist Dr. Anderson mit der Schwester, die ein Tablett mit Verbandszeug in den Händen hält. Du meine Güte, ruft Dr. Anderson aus. Er trägt einen roten Seidenpyjama und ist barfuß. Er führt Aileen zum Schreibtisch, wo das Licht besser ist und betrachtet ihre Nase von der Seite. Die Wunde sieht schlimm aus. Die Schwester schnalzt leise mit der Zunge. Dr. Anderson zieht Gummihandschuhe an und berührt vorsichtig die Wunde. Die muss auf jeden Fall genäht werden, mein Fräulein. Aber zuerst röntgen wir sie, um sicherzugehen, dass nichts gebrochen ist. Aileen lässt alles mit sich geschehen. Sie ist mit ihren Gedanken woanders. Arzt und Schwester helfen ihr zur Tür. Wir sind gleich wieder da, sagt die Schwester. Du bleibst liegen, ermahnt Dr. Anderson Eves. Du hattest genug Spaß für heute. Es war nicht nur Spaß, werfe ich ein. Eves presst die Lippen zusammen und unterdrückt ein Lächeln. Soll ich gehen, frage ich Yves, als die anderen weg sind. Ich kann jetzt wahrscheinlich nichts mehr tun. Yves streicht ihr Laken glatt. Du kannst ruhig noch bleiben, sagt sie wie beiläufig. Ich kann nicht beurteilen, ob sie will, dass ich bleibe oder nicht. Vielleicht brauche ich Unterstützung, wenn ich Aileen eine Standpauke halte. Na gut, jetzt bin ich sowieso hellwach. Schweigend sitzen wir da. Am Spiegel hängen Karten mit Genesungswünschen und überall stehen Blumen. Mädchensachen liegen im Zimmer herum. Ein Schminkkoffer, ein Parfümfläschchen, ein rätselhafter Gegenstand, der beige ist. Und wie sei der glänzt. Schließlich kehrt Aileen mit der Schwester und Dr. Andersen zurück. Gebrochen ist nichts, erklärt der Arzt. Ich denke, wir können das Kind jetzt nähen. Er gähnt ausgiebig. Machen Sie das, Schwester. Ich werde gerade wieder müde. Aileen setzt sich in einen Ledersessel, während die Schwester ihre Vorbereitung trifft.